So liebe Leute, es ist wieder soweit. Es ist Zeit für Let's Play Your Level. Und heute haben wir mal wieder keine Einsendung. Deswegen habe ich mich mal wieder in den Weiten des Internets auf die Suche eines tollen Hacks gemacht. Beziehungsweise vermute ich mal, dass sich dann dein Hack verbindet. Es ist leider nur eine Demo, aber es soll Super Mario Land 2.5 sein. Und ihr wisst ja, ich liebe Versionsnummern, wenn man in anderen Let's Plays guckt. Ich musste mich zwar ein bisschen jetzt zurückhalten, was das Ansagen der Versionsnummern geht. Aber hey, Super Mario Land 2.5. Was erwartet einen wohl da? Und ja, ansonsten, denkt dran, toplay.lpyl at gmail.com. Let's play your level. Und dann schauen wir mal rein. Es ist übrigens auf Englisch. Also es gibt auch Französisch und Englisch. Und ich dachte mir, wir nehmen mal die englische Variante. Bis gleich. Original Game bei Nintendo. Oh, gibt's hier auch das Item? Die Karotte? Nee, die haben auch die Grafik übernommen. Ach du Scheiße. After having saved Princess Daisy in the four corners of the world. After having recovered his castle by chasing Wario. After having took vacations in the Mushroom Kingdom and Dinosaurs Land. Where Mario spent most of his time to save Peach and confront the hideous Bowser. Mario finally decided to get back to his peaceful castle of Mario Land. Peaceful? Nee, castle? Ich frage mich gerade, warum hat jetzt seit wann hat Mario denn ein Schloss? Not so sure? His castle is closed. The four keys seem to have been dispersed all over the land. Who did this time? Who did this time? Mario, Bowser, someone else? Maybe Luigi will tell you more. Is das ein Adventure? Woa, go explore the country to recover the four magic keys and bring them here. You should meet Luigi. He might help. Okay. Halt, warte mal. Das ist doch bestimmt der Schießhaus, oder? Luigi's Villa. Luigi, Luigi, wo bist du? Luigi. Are, wo bist du, mein Bruder? Schön hier noch mit Küche und allem drum und dran. Woa? Lieber Bruder. Ich bin los, um Daisy zu holen. Wir treffen uns an unserem vereinbarten Punkt. Lieber Bruder. Wenn etwas von einer Box fällt, dann kannst du es dir nehmen. Wir sehen uns. Yippie. Okay. Schade, durch die Röhre kann ich nicht durch. Naja. Baustelle. Toll, da finde ich rein. Das sind hier Wege. Wo muss ich denn lang? Ist das jetzt mein Level? Oh, das Lied liebe ich. Yeah. Das ist von The Legend of Zelda. Gerudo-Wüste. Könnte ich jetzt die ganze Zeit laufen lassen, aber ich glaube, ihr wollt noch was anderes sehen. Die Gumbas. Dunk. Nein. Nee, ne? Tatsache, es ist die gleiche Eigenschaft, Leute. Kann ich die kaputt machen? Ach, der Kaktus, da konnte man... Ah, bin ich sogar noch drüber. Okay, gut. Also, die haben die Grafiken von... Was? Ah, was? Ah. Ah. Ähm. Wie komme ich denn da runter? Ja, ist klar. Nein. Nein. Oh. So, ich speichere auch mal. Alter. Das sieht aus wie... Feuer frei! Cool. Das hier ist aus Super Mario Land 2. Aus Super Mario Land. Ansonsten, ähm, bitte nicht wundern, dass ich heute mal ein 16 zu 9 aufgenommen habe. Ich hab das Ganze mal ein bisschen gestretcht. Ich wollte mal gucken. Mir hat ein Let's Play-Kollege empfohlen, das mal zu machen. Äh, ja. Ansonsten, das hier sind übrigens die Yoshi-Coins, fällt mir grad mal so auf. Wow. Aber echt Super Mario Land 2.5. Ah, ich bin immer noch total begeistert. Yo, Bro. Yo, Bro. Yo. Oh, verdammt. Hammer, Bro. Ne. Fire! Fire, Bro. Haha. Ich glaub's nicht. So. Jetzt renn ich hier schnell durch. Okay, da ist nix. Ähm, hol ich mir jetzt das und dann geh ich hier mal... Nein, kann ich nicht rein. Kann ich auch nicht rein. Auch da kann ich rein. Yimiii. Wow, wie viele Münzen sind da drin? A quick tip. There are five red coins in each level. Collect them to earn one more life. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp, liebes Informationsböckslein. Danke. Was würde ich ohne... Oh, verdammt. Die explodieren noch. Yay! Was war das denn für ein Fail? Einen P-Switch. Nehme ich mal mit hierher. Boah. Mit was für einem tiefen Ton die das gemacht haben. Also hier brauch ich auch gar keinen P-Switch. Boah. Save. Finde ich richtig cool gemacht. Also mir gefällt es. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Hex so gerade gefällt. Also ich bin jetzt schon echt perplex. Nein! Das war ja auch ein Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus, der sticht mich ins Gesicht. La 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 la. Ha. Ja, nicht nur... Yes! Ich hab sie! Wee, ich hab sie! Hehe. Hä? Ähm, Moment. Äh... Ja, yeah. Hm. Gut. Gut. Oh nein Feuerspeinende Piranha-Pflanzen So welche habe ich ja jetzt echt vermisst Oh, wo ist denn das Lied her? Nein Komm zurück Das gibt es doch nicht Ja, Pilz Jippie, ich habe einen Pilz Was? Sonst geht es noch? Ne, ne? Ey Nein, da war ein Leben Da war ein Leben, ich will zurück Oh Mann Oh, ich habe natürlich genau den Save-Point falsch gesetzt Moment Äh, äh, nicht mit mir Und Nein Oh, da ist ja Wie, wie Oh, das gibt es nicht Da ist ja eine Okay Also, daran haben sie gedacht Auf den kann man auch nicht Du blödes Kettenhundvieh Ich glaube es ja nicht So Och, komm schon Das war jetzt echt Das war unnötig Wow Den haben sie richtig gut platziert Nein Das war jetzt Oh, komm So So Nein Nein What Wow Oh, ne, ne Ne Den lade ich nochmal Da will ich jetzt aber die rote Münze haben Ich glaube es echt nicht Ey, also Dass sie mich so von diesen Dingern hier verarschen Moment Ich lasse mich ja hier gerne verarschen Aber nicht so Hahaha Na, was haben wir hier unten Ich speichere mal Oh, komm Der Treffer musste jetzt sein Der Treffer musste einfach definitiv sein Sehe ich genauso Sehe ich genauso Ähm Wir nehmen mal den mittleren Nein Was hab ich denn jetzt? Bin ich jetzt Luigi? Hä? Sandy Cave Oh, geil Und das Lied Aus New Ne Aus Doch New Super Mario World Ne Super Mario 3D World Genau Da muss ich doch irgendwie reinkommen Dann bist du das Nein Welche ist denn das? Oh Nein Ich hab falsch gespeichert Aber Sekunde Ich seh grad was Das hab ich vorhin nämlich nicht gesehen Danke, dass ihr es nochmal gesagt habt Ah Okay So Aber wie geil war das denn? Oh, ich will da wieder hin Und ich möchte den Feuerbauser wieder haben Wie geil war das denn? Mittlerer Weg war das, ne? Mittlerer Weg Mittlerer Weg Yay Ey, ich hab Ich feier hier gerade nur Ich feier gerade das nur Oh, das ist so geil Wie komm ich da rein? Hm Hm Oh man Wie könnte der so feiern? Äh Hä? Der will mir doch nicht sagen, dass ich runter muss ernsthaft jetzt habe ich es verstanden oh so einfach aber egal ich finde den Anfang so geil und was ist das jetzt hier the yellow spots on the overworld are levels with one exit and the red one have to search everywhere the yellow spots on the overworld are levels with one exit and the red one have to search everywhere hättet ihr wohl gern nein ich bin so doof komm schon oh nee blödes das Drecksding ich geh runter komm ah ok da fährt man immer gleich runter dumm tü dumm tü dumm tü dumm dumm tü dumm tü dumm tü dumm dumm tü dumm tü dumm tü dumm gala beat finde ich echt also mir gefällt der Heck wirklich top ja ähm klar es gibt da ein paar vielleicht einzelne Sachen die man vielleicht noch verbessern könnte aber ganz im ernst warum ne ne ernsthaft jetzt komm ich da nicht hoch ne 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 da da na da soll man auch nicht hoch da auch nicht da auch nicht da auch nicht Wieso darf man hier nicht hoch? Aber es muss da sein. Hä? Wieso verstehe ich den jetzt nicht? Hä? Aber warum? Hm. Ah. Okay, nun verstehe ich. Aber, jetzt habe ich das Problem, ich habe die ganzen Münzen weggemacht, ne? Ja. Oh, ich liebe die Musik. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich das für euch spielen kann. Das Remake von Super Mario World ist eine Recoverung von einem verabschiedeten Projekt im Jahr 2010. Super Mario Land 4. Moment. Oh, ich liebe die Musik. Ich kann... Ich kann... Cool. Ne, komm, den laden wir nochmal. Huaha. Yeah. Huaha. Oh, oh, oh. Ok, 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 ok. Ich, äh, I have no time. Nee, ne? Yay! Und auch noch Leben kassiert. Liebe Leute, wo gibt's denn sowas? Oh, wow. Toast House. Mal gucken, was uns da erwartet. Hi Mario, I've pumped those blocks. Their content might be useful for you through your quest. Ein Yoshi! Ein Yoshi! Yay! Mal gucken, was uns da mit Yoshi jetzt alles weiterhilft. Äh, Moment, Lakitu? Ich konnte Lakitu nicht essen. Na? Kann ich damit fliegen? Cool, darauf kann ich sogar stehen. Ich, ich, ich bin gerade total geflasht. Ideenreichtum. Hier auch, das mit dem Wasser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich viel cooler. Ja, wenn das so alles so ein bisschen so wabbeldi, wabbeldi, schwabbeldi. Was sind das denn für welche? Oh, das sind Bom-Bombs. Die kenn ich. Yay! Wow, slow down. Scheiß auf die Münzen. Wir rennen durch. Das war jetzt ein schneller Run. Ach, verdammt. Ich möchte jedenfalls diese, dieses. Ah, okay. Ist das ernsthaft? Oh nein, ich hab Yoshi verloren. Ah, ich nehm ihn mal unten. Krieg ich immer Leben. Ich möchte jedenfalls diese Welt hier, diese Schildkrötenpanzerwelt, oder wie die sich nennt. Wie nennt sie sich eigentlich nochmal die Welt? Turtle Desert. Möchte ich jedenfalls schaffen, ähm. Oh nein. Okay, hier wär's, glaub ich, dann doch besser so. Cool. Nein, Yoshi, komm her. Hier wär's, glaub ich, besser, ähm, dieses Bowser-Ding dazu nehmen. Vorsicht, Gefahr. Komm her, hier runter. Nein. Ah. Oh. Also, wie sie die ganzen Eigenschaften übernommen haben. Wow. Wow. Ähm, wie soll ich denn da raufkommen? Nein. Ich will meinen Yoshi nicht opfern. Nein. Yoshi. Ich, ich, ich kann hier echt gerade nur feiern. Das ist einfach, das ist genial gemacht. Ist einfach so genial. Nein, Yoshi. Yoshi. Oh, da ist ja ein Block. Da ist noch ein Block. Nein. Oh. Blöder. Alter, dieser Wind. Oh, nein. Oh, ho, ho. Alter. No way. Und ich hatte nicht gespeichert vorher. Der hat mich reingebuggt. Der hat mich reingebuggt. Komm, jedenfalls, das Level will ich jetzt noch schaffen, Leute. Komm. Komm. Und hoch. Hoch. So, also, ihr habt gesehen, ich hatte sie geholt. Ach, meine ganzen, meine roten Münzen sind auch alle weg. So, hier speichern wir mal wieder. Das ist auch natürlich ätzend, ja, dass er einen dann da reinbackt, nur wegen dem Wind. Nein. 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 Oh, verdammt. Das gibt's nicht. Na, komm. Das gibt's nicht. Nein! Wieso hat denn jetzt der Wind aufgehört? Boah, Alter. Wow. Ach, an den kann man hochklettern. Oh, das muss man einmal sagen. Nee. Kommt noch, verzichte ich jetzt. Hauptsache raus hier. Ähm. Bei Rot gibt's übrigens zwei Ausgänge, wurde doch gesagt, ne? Scrolling-Level auf einem Zug. Sind wir jetzt hier in Golden Coins oder was? Nein! Alter, du blödes Vieh. Ich hab immer noch das Gefühl... Ich hab immer noch das Gefühl... Hallo? Wieso springt er da nicht mehr? Alter. Ist das geil. 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 Ich feier das so ab. Auch hier die Idee mit dem Zug und dem Scrolling-Level. Oh nein. Yo, Bro. Was geht? Feuer, Bro! Hier kann man schön Leben sammeln. Ja, komm. War so klar. Wie die ganzen Münzen da runterfallen. Nein! Ach, ansonsten geht's noch, ne? Chuck! Chuck! Du gehörst nicht in Marieland rein! Ihr könnt beide nicht da rein! Alter, der war fies! Oh! Was macht der denn hier? Kann mir einer jetzt sagen, was Chuck hier machte? Ja, genau. Alle Münzen immer in meine Richtung. Schön, wie die auch bergauf gehen. Ich bin ein Passenger mit dem Transport-Ticket. Und ein Passenger mit dem Transport-Ticket. Das ist unbezündlich. Und ihr werdet ihr? 30 minuten let's play your level let's play your hack wie auch immer ich bin fertig wenn ihr irgendwann wollt dass ich das dann fortsetze oder weitermache schreibt es mir in die kommentare ich behalte den safe state hier zack und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und falls ihr selber mal doch ein level einsenden wollt und der meinung seid hey weißt du was so einen geilen hack kriege ich auch hin oder so ein level von dem hack oder wie auch immer ihr das hinbekommt dann blende ich jetzt hier die e mail adresse ein troplay.lpyl also let's play your level at gmail.com dort könnt ihr eure level hinschicken eure hacks wie auch immer es ist egal ob super mario world oder joshis island oder was weiß ich für zelda ja ich bin also bei allem offen und ja ich bedanke mich wieder herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder nächste woche und ich bin euer tro haut rein tschö 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 tschö